Freunde, wir werden jetzt auf das nächste Talent reagieren. Ich bin wirklich gespannt, was die da abliefert, muss ich sagen. Sie hat ja in den Blind Edition damals vier Buzzers gekommen. Deswegen schalten wir jetzt mal rein in ihren Auftritt in Finale. Diesen Kanal natürlich abonnieren, Glocken betätigen, dass ihr natürlich alle Infos zu The Voice Kids natürlich bekommt, Freunde. Deswegen schalten wir jetzt rein. Viel Spaß dabei und los! Der mega stark, muss ich sagen. Wow! Einfach richtig krass. Huh! Muss ich sagen. Unheimlich stark. Was sagt ihr hierzu? Aber ich finde den Auftritt echt herrlich. Wir schauen jetzt weiter. Los! Ja, Freunde, kann ich nur sagen, mega, mega stark. Ich bin jetzt gespannt. Wir schauen jetzt natürlich weiter. Lasst liebe Sprechen, diesen Kanal abonnieren, Glocken betätigen, dass ihr natürlich alle Infos dazu habt, Freunde. Wir schauen weiter. Mal gucken, wie wir heute Abend gewinnen. Bis später!